Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Der 258. Geburtstag All our guests are warmly welcome to the 258th birthday of Mozart from Japan, from all over Europe, from the United States and wherever you are from. A warm welcome to all of you, celebrating with us together Mozart's birthday. Ich freue mich besonders über die Musik, die uns einbegleitet hat, über die Abordnung der Salzburger Bürgergarde. Ich freue mich über die... und erwarteľungen aus den 258. Geburtstag. Ich wünsche Ihnen einen Warten von dem Wilfeldstag der Wilfeld, und jetzt würde ich roomly Vielen Dank. Die Freudenschüsse der Salzburger Bürgergarde. 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 Die Freudenschüsse der Salzburger Bürgergarde.